Am 3. Juni durfte ich bei einer Übernachtung aushelfen, bei der wir auch abends Volleyball gespielt und gegrillt haben. Am 3. Juni durfte ich bei einer Übernachtung an. Am 3. Juni durfte ich bei einer Übernachtung an. Am 3. Juni durfte ich bei einer Übernachtung an. Am 4. Juni durfte ich bei einer Übernachtung an. Vielen Dank.